Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Öffne den Tresor Es gibt hier nichts weiter zu stehen Vielleicht doch, in 28 Minuten Das ist ein Geldtransporter Ist was komisch, rufen die Verstärkungen Das werden wir ja sehen, oder? Ich werde sie verhaften Du müsstest mich erschießen Nur für den Fall Du denkst an alles, oder? Wirf die Waffe weg! Vier! Drei! Zwei! Eins! Zwei! 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 Zwei!